Musik Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute, ich bin's Tobson und ich würde jetzt mal sagen, die Zeit ist langsam vorbei, wo die Leute ermüdet sind von Weltkriegsshootern. Jetzt ist es nochmal an der Zeit, wo nochmal einer rauskommen sollte langsam und zwar ein zweiter Weltkriegsshooter von Bulkhead Interactive. Das Ganze heißt Battalion 9044 1944 oder wie auch immer für den englischsprachigen 9044 für die Deutschen 1944. Das Ganze ist, wie ich schon sagte, von Bulkhead Interactive hergestellt worden und ist ein Kickstarter-Projekt. Der Trailer dazu kam vor drei Wochen auf den Kanal auf YouTube von Bulkhead Interactive online und hat jetzt schon über eine Million Aufrufe. Und da es ja ein Kickstarter-Projekt erstmal war, wurden Spenden gesammelt. Und innerhalb zwei Wochen war das Ziel schon erreicht und zwar 100.000 Dollar. In zwei Wochen, das muss man sich mal wegtun. Aber ich meine, guckt euch das Spiel an, es sieht einfach schon mega geil aus. Das Spiel soll eine Kampagne haben, das Spiel soll einen Multiplayer haben, einen Koop-Modus. Ich freue mich sowas von auf dieses Game. Das Spiel kommt für Playstation 4, Xbox One und den PC raus, also für alle Plattformen. Es ist ein Multiplattform-Spiel oder wie der andere, der ein oder andere, vielleicht sagen wird, ein AAA-Titel. Es wird ein AAA-Titel, es kommt auf allen Plattformen raus, finde ich super, ist geil und ich freue mich da mega drauf. Ich glaube zwar nicht, dass die Grafik so geil aussehen wird auf der PS4 und Xbox One. Vielleicht auf dem PC, vielleicht. Auf PS4 wird es vielleicht annähernd so aussehen. Aber da werden vielleicht ein paar grafische Abschnitte sein, die nicht so ganz aussehen wie jetzt auf diesem Gameplay-Material. Da gehe ich mal schwer davon aus. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ihr könnt ja mal auf den Kanal gehen von Bikehead Interactive. Interactive, da gibt es halt die neuesten News oder halt auf deren ihre Seite. Ich werde mal den Kanal unten in der Beschreibung verlinken. Auf jeden Fall eine geile Scheiße, die die da gemacht haben. Endlich nochmal ein vernünftiger zweiter Weltkrieg-Shooter. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das Spiel rauskommt. Ein bis zwei Jahre wird es wohl ungefähr sein. Da die das Ganze erstmal ein bisschen weiterentwickeln müssen. Finde ich auch eine super Idee. Wird teilweise auch noch immer von Kickstarter promotet. Ihr könnt immer noch spenden, wenn ihr das denn wollt. Ich denke mal, ich werde auch mal ein bisschen was spenden. Ich werde das machen, weil dieses Game ist einfach geil. Und ich hoffe, es kommt nächstes Jahr raus. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und es kommt dieses Jahr raus. Ich glaube es zwar nicht, aber selbst wenn es nächstes Jahr rauskommt, wäre es schon mega geil. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich bin raus und das war mal kurz und knackig heute. Ich wollte euch mal kurz ein neues Spiel vorstellen. Also haut rein und bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020